Servus Leute und hallo zu einer weiteren Runde TTT Diesmal hier auf dem Web Sky Islands, soweit ich das mitbekommen habe Was? Nein, Skylands Ach Skylands, okay Okay, Entschuldigung Und ich bin ein Traitor Ich bin ein oller Traitor-Sau Das glaube ich mir sogar Ein oller Drecksau, wenn ich ja immer Aber erstmal bin ich auch ein Traitor-Sau Oh Leckt gerade ein bisschen Gibt es eigentlich auch Waffen? Joa Von mehr mal weniger Hier sind auf jeden Fall wirklich sehr wenige Waffen verteilt Ich habe nicht schlecht welche gefunden Das ist der Mark Ja Lace ist bei mir Lace kommt mal kurz zu mir, ich will das zeigen Echt, du musst nur da hinten stehen Nicht nachkommen Dann habe ich Angst Bin ich nur da, wo du noch warst Ich komme echt nicht Also ich habe eine Shotgun Ich kann ja nicht snipen oder sowas Keine Angst Ja, war Angst Ne, du schoßt mich locker irgendwie runter oder so Ich bleib echt hier auf Sobald ich näher kann man kurz hier weggehen Ich habe hart Angst vor dir Nicht, musst du selbst wissen Oder ist jemand bei mir irgendwo Man kommt vor, er wollte mich von hinten holen So, den da steppen Er redet auch nicht, das heißt er ist der Traitor derjenige, der da ist Ja, Nico eigentlich Ich sehe ihn nicht Fängt hinter alle Leiter fest Hast du das auch gehört? Hallo Ja, du hast mich auf mich Richtig Ich habe ein heiles Leben abgezogen Ja, schieß nur noch Ja, schieß auf mich Alter, er schießt auf mich In 17p nur noch Warum reden die anderen eigentlich gerade nicht? Keine Ahnung Du hast dich schon gekillt Kleiner Schlawiner Das ist deine Meinung Nämlich kein Plan Wo er Nico sein könnte Es ist so still hier Wo kommt das nur her? Ja Hm, ist seriös Das ist was Noch Ich werde das No Dann still so stell noch fünf sekunden als ein hilfmutzende was nicht ob sache ist noch mal niemand mehr woher seid ihr alle eine zeit und so lange ja ja auch alle nico ist der meinung gar nicht mehr zu reden du eumel verkriechst dich und dann kannst du mit schiff dreden hätte nico so runtergefallen oder so wenn du ihn nicht gekriegt hast nico ja nico war tot da oben ist er da oben also wie er voran mir vorbei am fenster ja ihr dürft echt nicht kämpfen ja toll ich meine er ist wie er an mir an dem fenster vorbeigelaufen war ja sorry ich meine er hat mir ja einfach runtergefallen ja dann hab ich so hä wo bist du denn oh da ist traitor schlampe aber es ist nicht so tot ich hab mich schon gewundert zieh warum du nichts mehr gesagt hast wo er auf dich geschossen hat ich hab ihn gemessert kaputt gemessert das bin traiter oh verklaufe vince 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 blaze war wieder bei mir hier wieder mein schönes haus hier rein also blaue anstatt es einfach markt achs ne aus dem blauen fahnen ist geclaimt am arsch geclaimt ich komm da jetzt rein nein kommst du nicht ich geh da raus hier zombie raus tschüss ich mach mal ne waffe ey jemanden zu killen der keine waffe hat das wäre nicht in ordnung ne das ist schwer daneben mach keinen Müll du hast auch ne waffe ohne null ja jetzt weil ich ne pistol gefunden hab kuchen so ich werde ja jetzt den crowbar fertig machen ja ja kommst du nicht rein ne guck maa toll Geh weg mit dem Messer Vince 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 Geh raus Wenn er ein Messer hat, hat er jetzt wirklich ein Messer gehabt? Nein, er hat nicht Nicola hat mir wieder Bullshit Wer geht hier die Treppen hoch? Noch Vince Wieso siehst du mich und ich dich nicht Weil du blöde bist Ja da Vince 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 Wie ist denn der schon wieder? Ich bleib die ganze Zeit an diesen Leitern hängen Geh weg Raus Raus Vince 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 Raus Kann ich dir trauen, Vince? Kann ich dir trauen? Dir trauen Wenn du da stehst heißt es Traitor Shop Also sicher Ja Vince Ja Geh raus 3 2 2 3 2 2 3 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 4 3 4 5 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 6 6 7 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 5 6 7 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 19 10 15 15 15 15 16 15 Was bist du denn? Kann man vielleicht verhandeln Raiden verhandle dich nicht Gigaterrorist Alter War richtig knapp Komm her Du hast nur noch 27 Sekunden Komm raus Okay Dann komm du runter Dann machen wir eins gegen Nein Die Bommel ging gleich hoch Ich war so dumm und hab in die Ecke geguckt Er ist gestorben Ich hab unter dir ne Bombe geplantet Und ich bin so doof und guckte auch noch Um der Ecke Mann nein Ich bin so doof Ey wieso Steve Wo bist du denn gestorben? Du warst doch gar nicht da drüben Ich bin runtergefallen Alter runtergefallen Und du bist sowas und durch diese Kackbombe gestorben Achja Ich weiß nicht Aber hier mit äh hier Place ist ja schon relativ hart War immer gemein Warum was hast du denn gemacht? War immer gemein Nein er hat mir so vertraut War so gemein Ich hab dir vertraut und du hast einen vertrauen missbraucht Ich hätte jetzt was sagen können Das hätte ich jetzt normalerweise zu Mark gesagt Aber das sage ich jetzt nicht in der Aufnahme Das würde äh zu weit gehen Ich kann's raus sagen Hilfe Machst du nen Piepton rein Boah Okay Hilfe Also Was mag Wie hast du es nochmal gesagt Er hat deinen misstrauen vertraut Äh misstraucht Äh misstrauen 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 Okay Äh fertig Ich hab gesagt vertrauen missbraucht Nein das so nicht Dann jetzt Dein äh Dein äh vertrauen missbraucht Oder wie? Naja Ne ich sag's nicht Ne Ne Das geht echt zu weit Du lockerst du wieder als Unlustiges kommen Aber das würde ich jetzt nicht sagen Weil das wäre irgendwie langweilig Boah alter Jetzt geh mal weg Geh mal weg Geh weg Geh du doch weg Feist dich Ey was Marc ist Traitor Bombe war irgendwo Wo ist der Marc? Der folgt mich die ganze Zeit Marc geh weg Ja schieß ihn doch Jetzt einfach ab Du darfst Wenn du bis 3 zählst Darfst du schießen Marc geh weg Der hat nicht mal ne Waffe der Junge Trotzdem ich verprügel dich Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Marc Marc Wollte mal gucken ob du noch lebst Na toll ich bin gefangen Ich bin gefangen Ich bin gefangen Leute Ich bin gefangen Leute Ich auch Wie denn Ne ich bin hier in so einem Hier gibt es so ein Wasserfall unter der Erde Und da bin ich reingefallen und ich komm nicht mehr hoch Weil ich in andere Seite und gehe Fah ich runter Hahaha Ach ich seh den sogar Ja cool Wollte ich bin auch gefangen Ich hab im Wegen draußen gefunden Und wieso bist du gefangen? Ich bin da irgendwie in Spinnenweben rein und es glitsch ich nur noch rum Du kommst da einfach wieder raus Du bist nur langsam da durch Nein Ja ich bin am meisten Ich bin eben an sich Draußen Aber ich kann nicht mehr springen Und gar nichts mehr Ja mach einfach weiter springen Geht nicht Ey Leute Steve ist Traitor Wieso denn das? Steve ist hundertprozentig Traitor Hier Steve ist bei mir Wie ist er drin? Ja genau Ey auf Hä was ist Verpiss dich Okay er schießt nicht Er schießt nicht zurück Ich weiß nicht Ne 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 Ohne Witz Steve ist Traitor Warum denn? Winst du hängst da? Ohne Witz Leute Kein Flux Steve ist wirklich Traitor Ja sag'n Grund Nachdem Du das mit dem Wasserfall gesagt hast Ist er grad da vorbeigelaufen Hat sich genau da die Stelle angeguckt wo der Wasserfall ist Und ist dann genau in die Tür so reingelaufen Ich hab mir den Wasser gerufen Und jetzt grad stand er übelst lange da unten rum Ähm Und ist dann wieder in ein Haus reingegangen Ich wette er plantet da irgendwas Also meiner Meinung nach ist es Steve aber Aber ich hab noch kein 100% Beweis Vince hätte mich schon längst gekillt weil ich jetzt einfach nicht wegkomme Steve ist nur extrem verdächtig Schon allein dieses zielgerichtete Gehen Dorthin wo du gefangen gewesen wärst Das Übel kacke man als wenn ich Übelstens slow hab aber was ist das Was Ja Wenn du hier noch weiter nachher kommst Das ist echt Zombie Wenn du hier zu diesem Gebäude rauf gehst Glaube but the place ist das nicht Entweder es muss einer von euch seinwärtig Weil ich mal Steve muss es sein Steve muss es sein Er hat nicht Er hat mir nicht Er hat nicht zurück geschossen Und ich mein als zweiter hätte ich auch zurück geschossen Steve du jetzt als wäre er so ein vollen Dulli und rennt wie so ein Dulli rum Dass es nicht so auffällig ist Wenn du in CSGO Werde jemand laufen sehen Ja eine Treppe hoch ne Richtung Luftschiff Ja Ja das war Steve Ja das bin ich Wer ist hier denn da oben Ja da soll das lange aber eilen ne Er hat eine Sniper Ne ne M16 13 Sekunden 13 Sekunden Oh Sollst du dich wirklich beeilen Wie viele Sekunden noch Ähm Was dir Scheiße Du Du sagtest Ich wusste es Ich wusste es Hä was ist Ich wusste es dass Steve Traitor war Guck mal ich fliege ganz langsam runter Huuuuh Ey komm mal her komm mal her Schaut mal runter Hi Schaut mal runter Schaut mal runter Wo bist du denn Hier Ganz langsam Huuuuh Komm wie langsam Komm wie langsam Komm wie langsam Kamikaze Junge Ich fliege immer noch Es hättest voll ausnützen können Du hättest damit echt Du riefst das ausnützen kochen Wie me eklig alter Achja wie schön es ist wenn man recht hat dass er Traitor ist Ei Vor allem die ganze Zeit wenn er innocent ist dann sagt er fast nie was Aber kaum ist er Traitor Alter da legt er los Ich hab dir jetzt auch fast gar nichts gesagt Ja deine junge große Schnauze Doch am Anfang hast du die ganze Zeit mit Marc nach Smalltalk dass er aufhört so dir hinterher zu laufen Ja wenn er halt die ganze Zeit bei mir da rumgammelt der Ey wir waren da eigentlich gerade Hi Vince Ja Ja das bin ich ich muss mir jetzt wieder total unauffällig verhalten Achso Ja Weißt du doch Achso und jetzt muss ich Smalltalk führen damit du Ach ne jetzt muss ich die Fresse halten Ok Genau Bin schon ruhig Ok Also ich bin Traitor Darf ich machen Das kann nicht sein Hä fick dich Kann nicht sein warum kann es nicht sein Weil ich Traitor bin Oh ja echt kann nicht sein Ohoho Also ganz ehrlich für mich war es jetzt ein Geständnis Ja irgendwie schon ne Dann geh ich mal deine Karmeinerart Wie so rausgerutscht Wie das war so ein rausgerutschtes Geständnis ist das Ja Ja Dann kill mich wenn du es unbedingt drauf anlegen willst Fick dich Steve Wieso denn ich geh doch nur Bleib weg von mir Der Mark ist es Steve erfolgt mich Steve erfolgt mich Steve erfolgt mich Steve erfolgt mich Ja der verhält sich voll auffällig Ey Alter Butterplay schießt auf mich Ja du hast auf mich geschossen ich hab ein halbes Leben wegen dir du scheißst hier Ich hab dich ja Spaß die alter Ich doch nicht Nee gar nicht Nein Ich hab echt nicht auf dem Leben liegen zu reifen auf mich Ich hab noch halbes Leben wegen dir Ich hab echt nicht auf dich geschossen ich schwöre Ja 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 Du kannst ich auf Arsch 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 Kannst du nicht gewesen sein Na kannst du gewesen sein Ich hab die doch gesehen Kerle Hast du nicht du hast ich ja Doch hab ich schon du Spaß die Alter Alter hey wieder mir ist er Schieß ich erstmal rufen mich Ja am Arsch Also warum mach ich sonst nur halbes Leben Ja Wenn selbst Bartow äh Zombie sagt dass ich Ich werd dich umbringen wenn ich dich sehe Ja guck das Das Also wenn das jetzt nicht Ey bring dich um Ja halt dann Uga 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 Das bist du nicht das bist du nicht tut mir leid Hauptsache ich schieß Über mehr Geständnisse hier Hauptsache ich schieß den falschen an Ich bring dich um Ich bring dich um Ich bring dich um Ja erinnert er sich Der Typ hat sich aus der Burg verpisst man Und wieso liegt die über Hallo Fick dich Fick dich Ah Ah Er schießt auf mich Ja ich nicht Was machen die denn Leute Man kann nicht mal in Ruhe in die Windmühle raufklettern ey Leute ihr macht Sachen Alle schießen nur auf mich Das ist alles so viel für mich Bla 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 Er schießt wieder Sniper Ich hab grad geschossen Ich wette Es ist Äh hier Niko mit ner Silent Silent Sniper oder was Wenn ich es wäre würde es nicht gehen Da wir keine Silent Sniper im äh Oh Ähm Ja weil du auf mich geschossen hast Ich wollte mir das ganze nochmal aus der Nähe angucken Ja Genau Konntest du mit Vincent sterben Wie kann Vincent denn auf jeden von euch schießen Idioten ey Der schießt einfach auf ihn Genau Warte Mann er ist bei mir Er Zombie Mann er äh Ding Place Ah Ah Ja er ist hinter dem Fenster Verbiss dich Er schießt auf mich Er schießt auf mich Ich hab ihn gekillt Er hat auf mich geschossen Ja Indocent Indocent war er Aber ich hab echt Er hat auf mich geschossen Das hat kein Das hat kein Grund Was gibt's doch Ja Irgendwer hat auf mich gesniped steve Ich hab die shotgun von Ich hab die shotgun von place aufgenommen Ich kann das nicht sein Steve ist es Steve ist Traitor Aber Steve du kriegst mich jetzt nicht mehr Du hast noch 3 Sekunden du Lauch Gibt's jetzt Overtime Gute Frage ne Pack Eigentlich muss es schon längst zu Ende sein Ja Ja Na Steve wie lange hast du noch Zeit Steve lebst überhaupt noch Ja Ja ok steve ist wirklich Traitor Ja ok steve ist wirklich Traitor Boah Vincent du Drecksack Boah Vincent du Drecksack Letzte Sekunde Letzte Sekunde Letzte Sekunde Du bist so ein dreister Wichser ne ganz ehrlich Das war noch eine Sekunde Overtime Echt Was hast du denn schon wieder gemacht Runtergefallen Ey Leute Wart ihr dürft doch nicht immer töten man Vinze ist scheiße Ja ich wusste dass er es war Ich hab zwar am Anfang gedacht Mark Aber dann Dann hast du gedacht ich bin's Und dann zum Schluss war es doch der Vincent Wahnsinn Ja Ich wusste ja nicht dass du schon wieder so runterfällst ey Ich wollte Vincent einfach einen Gefallen tun Na klar Alter Wir haben echt in der letzten Sekunde Letzte Sekunde ey Das musst du dir mal vorstellen In der letzten fucking Sekunde Wie will ich den denn noch Kriegst du zurück Eigentlich muss ich ja schon gehen aber ich sag noch bis viertel vor hab ich noch Zeit Geht auch noch Ey ohne witzig weit muss ich einmal Traitor und bin jetzt schon wieder nicht was ist das War zweimal oder dreimal Traitor Ey wir haben hier ne Dings geworfen Steep ist es Ich hab nur gehört wie jemand verbrannt ist Ja ich Und ich hab nur noch die Ja Bartomaniel Ja ich hab sie sich Ey ich hätte dich jetzt echt abschießen können ja also Super Wahrscheinlich bist du Traitor das wärs ja doch Ey weiß ich was ich dir sag Mark ist Traitor Ja Wieso Ja dann mach ich so ne kleine Traitor Hure Wieso Ich kann dich ganze töten Sonst beweist dass ich äh Friendly bin Also dass ich nicht friendly Genau Friendly Kann ich bei dir ein bisschen mitlaufen weil ich brauch Schutz Weil ich hab nur noch zwei Leben halt weißt du Ja 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 Weil schau ich hab nur noch zwei Leben und du könntest mich halt jederzeit dann auch wieder umnageln Weiß Ja sobald ich einmal auf dich schieß kannst du dich einfach umdrehen und mich umliegen Ja ich hab Angst nur dass du gleich diese Superpistole erkaufst Da oben auf dem Tumsen es steht einer der guckt mir in die Richtung Ja ja ganz ruhig Ganz ruhig Ja das ist eher Traitor wett ich Ich wette weil Plays lebst du noch Ja Plays lebst du noch Ja Okay Sie willst du mich verarschen Nee Ich töte dich Sockst du da eigentlich schon wieder oben Ich hab auch einen Schuss abfeuern ich will nur mal schauen ob man ihn treffen Fuck Ja war's nicht Wollte nur mal schauen ob man ihn treffen Wieso hast du ihn jetzt gekillt Weil er auf mich geschossen hat Hat er das wirklich Ja hat er Nein eigentlich nicht Ja klar er geschossen hast du so gehört Ja grad am Anfang aber ich glaube das war nur in deine Richtung War auf mich Direktiv Oh ihr ist jemand bei mir Ah ja Ja Wenn du hier reinkommst bist du tot Fick dich Nein du sollst nicht zu mir kommen Und sein Arsch Vertraue dir nicht Warum Vertraue dir nicht Vertraue dir nicht das Das ist ein TTT 50 prozent aber ich will einfach nicht dass keiner zu mir kommt einfach ich bleibe alleine bleiben wenn ich gerne gegenseitig können aber ich will hier zu mir kommt aber dann bitte auch keiner hier ich weiß ja dass da mag sich jetzt eine sniper sucht und mich wechseln aber wahrscheinlich ist dann doch wieder der winzen der zum dritten mal trader ist alter ich bin gerade runtergefallen durch alle seite die hauptsache fällt immer über alle runter der mark ist auf dem weg zu dir denn hier wird zweck immer weg weil ich habe angst dass ich entweder gleich vom turm gesnabt werde oder es gibt ihn doch nicht hätte ich jetzt holen können oder dass ich denke eher dass er dann eine bombe geplant hat deswegen gehe ich jetzt weg hatte verfolgt der typ nicht bombe ist ein gutes stichwort diese hoch war ganz schlechter zwiebeln da kommst du zu mir oder was sollst du mich besuchen das hatte ich nicht vor so weiter in meiner shotgun nur noch acht schuss oder nur acht schuss ich habe nur eine shotgun und eine munition gefunden das war nicht so super aber ich finde es besser immer noch als eben 16 wie gesagt zu mir kommt auch wenn er jetzt nicht weiß dass ich hier drin bin ich kenne ihn trotzdem einfach nur als 50 50 50 chancen wo sei hier ja heißt nur der place da wieder traiter wir essen sind wenn es ist wenn es ja erläuft hier war gar mark ist traiter ist traiter warum soll ich denn schüler traiter sein mensch Ohne Witz, Vincent, egal was du tust, wenn er kommt, knallt ihn an, wie er einfach gerade so zielgerichtet auf den Turm zugegangen ist, weil er weiß, dass er mich da ist, ja. Oh man, Marc, jetzt hast du dich selber verraten, hast nicht gemerkt, dass du dich bist. Hä, bist du behindert? Ja, 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 vielleicht ist das sowieso. Du lauf, Marc, du lauf. Am Arsch. Oh, überhaupt nicht, bist du behindert? Genau da, wo du warst, ist die Bombe gerade hochgegangen und er war die ganze Zeit auf dem Turm. Ach, das ist schön, Marc. Einfach so leicht das Spiel hat. Bist so ein dummes Kind, ne? Ach ja. Ganz ehrlich, Alter. Marc, Overtime, ne? Guckt mich doch nicht. Marc? Ja, ich such ihn mal jetzt, ne? Bist ein Action-Arm hier. Oh, da snipet jemand. Hallo! Ja, komm, ja, Marc. Geh weg, Vince! Was machst du? Oh ja, du bist es doch. Geh weg. Bist du das? Hau ab. Was? Ja, keine Ahnung. Zombie war es. Plays, meine ich. Marc, warst du es? Warum sollte ich es immer gewesen sein, ne? Ja, zack, warst du es. Und ist eh vorbei. Nee, ohne Wicht. Das war er, er warnt's. Wie er sich verraten hat einfach, ey. Ja, genau. Wer nicht, oder? Für dich verrät man sich, auch wenn man gar nichts sagt. Du bist auch so ein dummes Kind. Ey, ganz ehrlich, Alter. Du hast aber keine Ahnung, ne? Null Ahnung von nichts. Ey, Kerl, ohne Witz. Ich muss jetzt weg, Bro, Schau. Ich muss jetzt mal sagen, für die Runde, ey, machen wir hier mal Schluss, ne? Wie lang sind wir denn jetzt hier schon? Schon locker eine halbe Stunde? Loll. Ja, bestimmt. Alles geplant, alles geplant. Ja, Loco. Geh weg. Scheiße. Scheiße. Wie man zu gucken, guck gern mehr an. Ins, 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 ins. Ja, place, place, place. Ja, verwisst dich. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, oh, oh. Zombies hinter mir. Ja, und irgendeiner spielt in den Turm. Ja, was hat der noch mich? Steve, 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 ich hab keine Waffe, Steve, Steve. Ja, der hat echt auf mich geschossen. Steve, 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 Steve. Ich bin, ich bin innocent. Ich weiß, es kommt scheiße, es kommt scheiße, es kommt scheiße, es kommt scheiße, aber ich bin gar nicht scheiße. Einfach mal schießen, aber es kommt scheiße. War das eine Bombe? War das gerade eine Bombe? Nö. Ey, Mann, ey. Ich hab mir so gedacht, so als letzte Runde, weißt. Wenigstens ist dein Karma ein bisschen gesunken. Du bist also doch der Vincent Traitor. Ja, Loco. Weiß es als sonst sein. Vielleicht natürlich. Ja, fick dich. Echt? Ich wette, ich wette es, dass er es ist. Ja, ich wette, ich bring dich jetzt einfach random um. Einfach aus Prinzip. Dann darfst du nie wieder mit TTT spielen, weil du ein Random Killer bist. Ja, ja, am Arsch. Nichts am Arsch. Wo sei es, er sich immer verkemmt, wie so ein Benatter. Nein! Was ist los? Oh, keine Muni mehr. Wie der mich nicht trifft. Du hässst dich ja. Wie viel Leben noch? Zwei. Alter, ich hätte dich noch Munition gehabt, du wärst so aus dem Tod gewesen. Mann, ist mir runtergefallen. Haben wir jetzt echt die Aufnahme schon beendet? Nee. Oooooooi! So, jetzt muss ich aber... Ja, das war's dann jetzt auf jeden Fall, wollte ich sagen. Jetzt bin ich echt weg. Das war's für die Runde, für die paar Spülchen hier. TTT, hier sieht man nochmal die Leiche von Nico. Ganz elendig. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Aus der Rhein, Marc Steenk. Tschüss.